Denkst du, du kannst nichts gegen den Klimawandel tun? Das ist zum Glück ein Irrglaube. Jeder kann sehr viel tun, indem wir das Thema zum Beispiel auf unseren Alltag und unser tägliches Essen übertragen. Unsere Lebensmittelproduktion ist Mitverursacher des Klimawandels. Die Art, wie wir Lebensmittel herstellen, vom Acker bis auf den Tisch, ist für ein Fünftel der globalen Treibhausgasemission verantwortlich. Der Klimawandel wirkt sich aber auch negativ auf die Gewinnung unserer Nahrungsmittel aus. Entscheiden wir uns jedoch für gute, saubere und faire Lebensmittel, können wir aktiv zur Milderung des Klimawandels beitragen. Das ist der positive Wandel, den du mitgestalten kannst. Mach mit und hilf unserem Planeten. Unterstütze Slow Food. Untertitelung des ZDF, 2020